Im Trinkwasser kommt Lithium regional unterschiedlich vor. Je höher der Gehalt, desto niedriger die Depressionsrate in der jeweiligen Region. Du leidest an Stimmungsschwankungen, Grüberlein und hast die Freude verloren. Da könnte Lithium tatsächlich für dich ein richtiger Game Changer sein. Doch hat das Ganze jetzt auch Schattenzeiten? Dazu und vieles mehr jetzt. Dass in Deutschland jeder zehnte Arzt Geld von der Pharmaindustrie als Provision von Medikamenten bekommt, sollte kein Geheimnis mehr sein. Aber dazu später mehr. Kommen wir erstmal einmal zu Lithium. Stell dir einmal vor, es gibt ein chemisches Element. Es ist richtig leicht. Es ist das leichteste Metall überhaupt, was bei uns auf der Erde vorkommt. Es hat eine sehr niedrige Konzentration, aber kommt sehr häufig vor. Dieses Element kann gegen psychische Erkrankungen angewendet werden. Und das hat bereits im 19. Jahrhundert schon der Niederländer Dr. Karl Lange herausgefunden. Er hat 2000 Menschen mit diesem Element behandelt und hat herausgefunden, dass dann diese niedergedrückte Stimmung, diese Schwermut und diese Grüberlein nach einer Zeit tatsächlich nachgelassen haben. Im Jahre 1949 hat der australische Doktor, Psychiater und Neurologe Dr. John F. Kate herausgefunden, dass man Lithium auch gegen Manin einsetzen kann. Das bedeutet, hat man den Probanden Lithium gegeben, wenn sie eine manische Phase hatten, ist die Manie abgeklungen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Manien. Es gibt die Manie Typ 1 und Manie Typ 2. Man nennt die Manie Typ 2 auch hypomanisch. Hypomanisch, das kennen die allermeisten Menschen. Das sind Gefühle und Emotionen, die die meisten von uns haben, wenn sie verliebt sind. Dann kriegt man so ein Gefühl von Euphorie, ist gut drauf und das könnte man in der Psychiatrie auch hypomanisch nennen. Da gibt es aber auch die Manie, die richtig ausgeprägte Manie. Die Manie ist viel höher und die kriegen die allermeisten Menschen in ihrem Leben eigentlich gar nicht. Das sind richtige Hochmanien. Das kann in psychotische Zustände münden. Das bedeutet, Betroffene berichten dann oft, ich bin der Auserwählte, sie bekommen Wahnvorstellungen und fühlen sich großartig, ähnlich wie bei einer Prise Kokain, wenn man so möchte. Lithium wirkt ganz anders wie Antidepressiva. Da Lithium ja eigentlich auch gar kein richtiges Medikament ist, sondern ein Metall. Bei Lithium ist es so, dass es oxidative Stress reduziert, der bei Depressionen entsteht, aber auch bei Manin. Bei Antidepressiva ist das ja ganz anders. Das ist ja selber hergestellt in der Chemie von Wissenschaftlern. Und das funktioniert ganz anders, indem es nämlich bestimmte Neurotransmitter, die oben im Gehirn Glückshormone, wie man im Volksmund auch sagt, wie Serotonin, Noradrenalin, Dopamin, im synaptischen Spalt blockiert. Bei Lithium ist es auch so, dass es im Blut Schutzproteine erhöht und das dafür sorgt, dass der Stress von den Depressionen, aber auch von den Manin abgebaut wird. Du siehst also, hier sind ganz verschiedene Wirkmechanismen, die aber beide dazu führen können, dass diese Symptome von einer Depression und von den Manin abgeklungen werden können. Würde jetzt Lithium für dich in Frage kommen? Das ist eine Frage, die sehr, sehr schwierig zu pauschalisieren ist. Denn das kommt darauf an, was dir diagnostiziert worden ist, was mich schon zu Punkt Nummer 1 führt. Lithium hat den Nachteil, dass es nicht bei so einer Bandbreite an Störungen wirkt wie Antidepressiva. Zum Beispiel wird Lithium nicht eingesetzt bei Zwangsgedanken oder Angststörungen unbedingt. Dafür wirkt es aber bei Depressionen und Manin, wie gesagt. Es gibt aber auch noch ein paar andere Dinge, die wichtig sind zu erwähnen. Bei Lithium ist es zum Beispiel so, dass man herausgefunden hat, wenn man eine Langzeiteinnahme damit macht, dass es die Nieren schädigen kann, aber auch die Schilddrüse. Und man jetzt bei Antidepressiva nicht wirklich was davon hört. Die Wirkung ist auch noch ein Punkt, den man ansprechen muss. Bei Lithium hat man einen sehr großen Vorteil. Die Wirkung tretet in den allermeisten Fällen zwischen 4 und 10 Tage ein. Bei Antidepressiva kann das Ganze mal 6 Wochen dauern, 7 Wochen oder vielleicht länger. Und im schlimmsten Fall wirkt es nicht. Dann haben wir bei den Antidepressiva noch so das Problem, dass bei den allermeisten sexuelle Funktionsstörungen vorkommen. Bei Lithium gibt es das auch. Allerdings sind das nur 10% der Fälle. Das heißt, es ist auch wieder ein Vorteil. Deswegen, es ist sehr schwierig zu beantworten, ob das für dich geeignet ist oder nicht. Wenn du dich jetzt dazu entschieden hast, Lithium zu nehmen oder eventuell darüber nachdenkst, es für dich in Anspruch zu nehmen, dann gibt es ein paar Dinge, die du unbedingt beachten solltest, weil die sehr, sehr wichtig sind. Als allererstes, welche Medikamente du nicht zusammen mit Lithium einnehmen solltest. Unter gar keinen Umständen Medikamente aus der Familie der Mao-Hemmer. Auch SSRI, also Antidepressiva, sollte man nicht gemeinsam mit Lithium einnehmen. Es gibt aber auch die ACE-Hemmer. ACE-Hemmer zusammen mit Lithium ein No-Go. Antiepileptika zusammen mit Lithium, nein. Und Neuroleptika auch auf gar keinen Fall. Aber jetzt denkst du dir vielleicht, ja, das ist schon klar, weil das sind ja andere Medikamente, da gibt es verschiedene schlimme Wechselwirkungen. Aber ey, da gibt es noch etwas, was leider, leider, leider in der Packungsbeilage nicht drin entsteht. Zumindest konnte ich es noch nie erfahren, dass es irgendwo drin gestanden war. Vielleicht ja du. Aber du solltest unter gar keinen Umständen, jetzt hör mir genau zu, das Nahrungsergänzungsmittel 5-HTP mit Lithium zusammen einnehmen. Wenn du wissen möchtest, was 5-HTP ist, verlinke ich dir das einmal hier oben auf den i. Und ganz, ganz, ganz wichtig, das sagt dir nämlich niemand. Wenn du einkaufen gehst, Mineralwasser kaufst, wenn du Lithium nimmst, solltest du bitte, bitte immer hinten drauf schauen auf dem Wasser, wie viel Lithium in dem Mineralwasser eventuell drin ist. Und bei Heilwasser, was es die allermeisten Menschen nicht so oft kaufen, in Zusammenhängen mit Liebsten Gott sei Dank auch nicht, ist der Lithium-Gehalt meistens noch sehr viel höher. Nicht in allen, aber ich kenne zum Beispiel an Heilwasser namens Hirschquelle, da weiß ich, das hat zum Beispiel sehr, sehr viel Lithium. Das ist ein sehr gesundes Wasser, kann man zu sich nehmen und seine eigene Stimmung auch zu stabilisieren, ohne Lithium zu nehmen. Natürlich ist der Grad hier nicht so hoch wie bei dem Arzneimittel vom Arzt, kann man aber auch machen. Aber nochmal, zusammen dieses Wasser mit Lithium vom Arzt zusammen, ist er toxisch, bitte nicht nehmen. Und warum sage ich das Ganze? Du weißt, was ein Tesla-Fahrzeug ist, oder? Jetzt fragt sich der eine oder andere, was hat er jetzt mit Tesla-Fahrzeug? In einem Tesla-Fahrzeug befinden sich circa 10 Kilo Lithium. Diese 10 Kilo Lithium, mit denen könnte man 60.000 Menschen umbringen. Denn bereits 168 Gramm Lithium im Blut eines erwachsenen Menschen sind sofort tödlich. Das heißt, es ist tatsächlich auch giftig, denn es wirkt absolut toxisch auf das zentrale Nervensystem. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass ein Arzt hier das sagen sollte, dass man das beachten sollte, mit den Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch mit dem Wasser etc. Pro Jahr verdienen in Deutschland Ärzte bis zu 100 Millionen Euro von der Pharmaindustrie. Nebenbei, wenn sie beobachten, wie ihre Klienten darauf reagieren, wenn sie gewisse Medikamente bekommen, von denen die Ärzte eine Provision von der Pharmaindustrie bekommen. Hier einmal dazu mal die Quelle, das kannst du dir auch mal in Ruhe, wenn du möchtest, Pause machen und durchlesen. Das bedeutet, dass im Umkehrschluss jetzt aber für dich, dein Arzt könnte unter Umständen Geldprovisionen von der Pharmaindustrie bekommen und ihn könnte das natürlich auch dann dazu verleiten, dir ein anderes Medikament oder vielleicht zumindest ein ähnliches zu verschreiben, was du unter Umständen gar nicht benötigst. Und das halte ich für sehr gefährlich und sehr perfide. Deswegen sage ich dir und ich warne dich davor, pass am besten auf von solchen Ärzten, die immer so ganz schnell mit Medikamenten sind. Gerade bei psychischen Geschichten kann man so viel machen und so viel tun ohne Medikamente. Achte da bitte darauf, denn du ruinierst unter Umständen deine Gesundheit und er verdient Geld. Ich weiß nicht, was wichtiger von beiden ist. Ob jetzt Lithium für dich wirklich ein Game Changer sein kann, das sollte jeder für sich selber jetzt herausfinden. Auf jeden Fall sollten es Menschen auf gar keinen Fall nehmen, die auch in der Schwangerschaft sind. Wenn dich jetzt interessiert, welches Antidepressivo du in der Schwangerschaft nehmen könntest, wenn du mal in die Schwangerschaft kommst, dann schau dir hier einmal ein Video über das Cetralin an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.